Bei Münzfrank wird genau hingeschaut, denn vielleicht verbirgt sich hinter der jahrelang in der Schublade vergessenen Münze ein echter Schatz. Der Quierschieder Münzhändler Frank Pirrung und sein Team können dabei auf jahrelange Erfahrung zurückblicken. Wir handeln schon seit über zehn Jahren mit Waren aller Art und besitzen darüber hinaus große Fachkenntnisse. Jeder Kunde bekommt von uns ein kostenloses Angebot ohne jegliche Verkaufsverpflichtung. Für die Kunden ist ein Verkauf ganz einfach. Entweder sie kommen im Geschäft in der Marienstraße vorbei oder sie vereinbaren einen Termin zwecks Beratung zu Hause. Diskretion ist so auf jeden Fall gewährleistet. Wir bieten Ihnen absolute Diskretion, Transparenz und faire marktgerechte Preise. Diskretion daher, wir besitzen zwei separate Räume, unter anderem in dem der Ankauf und Verkauf extra abgewickelt wird. Und marktgerechte Preise daher, da wir uns jeden Tag frühmorgens an der Börse orientieren und zahlen diese Tagespreise aus. Münzen und andere schöne Dinge sind schon lange eine Leidenschaft von Frank Pirrung. Er interessiert sich schon seit Jahren für Münzen, ist immer wieder fasziniert von den Geschichten hinter den kostbaren Stücken. Man bekommt viele schöne Dinge zu sehen aus zurückliegenden Zeiten und verschiedenen Zeitepochen. Der Umgang mit unseren Kunden ist uns sehr wichtig, da viele Kunden ganz überrascht sind, was ihre Dinge tatsächlich wert sind. So wurde Münzfrank auch zum beliebten Treffpunkt für Gleichgesinnte. Im Angebot hat Frank Pirrung Münzen aus mehreren Jahrhunderten, Goldschmuck, eine große Auswahl an Silberschmuck, Uhren und Antiquitäten. Auch Menschen, die auf der Suche nach dem besonderen Geschenk sind, sind hier genau richtig. Des Weiteren kaufen wir auch Zinnartikel, Messing und Kupfer, sowie Antiquitäten, Markenporzellan und weitere Produkte, die unter unserer Homepage zu finden sind. Bei aller Faszination für das Edelmetall ist Seriosität das Wichtigste für Frank Pirrung. Er setzt auf ein gut ausgebildetes, vertrauensvolles Team, eine kompetente Beratung und die genaue Einhaltung gesetzlicher Regelungen und Vorschriften. Transparenz bei uns bedeutet, der Kunde kann also auf der Waage die Gewichte mit ablesen und auch mit Nachrichten, wir verwiegen, nicht verdeckt. Diskret und kompetent. Bei Münzfrank sind Sie goldrichtig.